ARD Text im Auftrag von Funk Wir kommunizieren, was du uns gesagt hast und dann gleich ist es Feierabend. Gut. Ich fühle sich hierher Zustände. Nutzen die Kollegen, die kommen dann auch nicht zum Endeffekt. Aber wir wollen ja gar nicht die Kollegen sein Pennen in der Kaserne und alles ist gut. Schönen Abend noch, wa? Abend kommt doch heute erst noch. Ja, ist doch gleich. Dann schönen Feierabend erst mal. Ja, ja. Was ist mit den Reichen? Das will ich euch hier reichen auf dem Silbertablett für alle eure Seichen. Sie dienen bis heute der Krone harten Hand. Es sind 5% des Volkes doch meist unbekannt. Denn die Medien, voll von ihren städigen, manipulativen, fiktiven Geschichten. Schönst jeglichen, dieser göttelosen Krawattenträger. Sie spielen Schach mit der Welt, haben Zeit streben nach Macht, denn sie haben schon das Geld, um ihre Ziele durchzusetzen müssen. Viele, viele leiden nur einen Noten, schütteln auf ein Papier. Shit. Schon wieder rausgekommen. Das gibt's nicht. Es ist zu spät. Es ist schon so spät. Wir müssen aufhören. Nein. Wir fangen es an. Wir fangen es an. Jetzt beginnt die ganze Show die ganze Nacht lang. Wir sind ja hier, um nicht zu gehen. Das ist unser Statement und wir werden dazu stehen. Wir geben nicht auf. Wir bleiben immer länger. Immer länger, als ihr denkt. Yo, wir haben keinen Hänger. Ha, Baby, hör mir jetzt zu. Angie, du bist stolz auf deine Crew. Yo, Baby, ich weiß, deine Crew sind wir. Wir bezahlen dich jeden Tag jetzt hier. Ja, die Zeit ist vorbei. Dann schießt du mit uns im Camp einerlei. Ja, ja. Ob da hast du einen Porto oder einen Mercedes, bei uns fährst du den Generator. Ja, Generator. Ja, ganze Strampel, Strampel, Strampel. Ja, wir haben dann Strom. Endlich Öko, Baby. Was geht ab? Yo, yo, yo. Was geht ab? Ich sag dir, was geht denn ab? Na, ich sag dir, herzlich willkommen auf Mörcke, Falle, Klimtab. Ich sag dir, kochen wir immer. Ich sag dir, jetzt sind wir kommen zum Essen. Ich sag dir, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020